Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Ich hab nen Plan. Wird klappen. Wahrscheinlich. Das ist er nicht. Doch, das ist er. Oh Mann, wir haben echt Scheiße gebaut. Ich hör nie wieder auf dich. Fuck, 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 fuck. Du meinst doch, wir brauchen Geld. Ja, aber ich dachte an Blutspende und nicht Großstadtkriminalität. Glaub mir, der Plan ist idiotensicher.